Ich habe ja diese Nachricht bekommen und bin zum H&M gesprintet. Sie hatten die Sachen nicht. Deswegen habe ich sie bestellt. Und zwar gibt es eine H&M Disney Bösewichte-Kollektion. Ich muss schon sagen, damit habe ich echt nicht gerechnet. Was haben wir hier alles Schönes? Cruella, Haarband, Dalmatina. Okay, Leute, das ist legendär. Glaubt ihr, wurde das aus echtem Dalmatina gemacht? Ich hoffe nicht. Dann haben wir noch was von Cruella. Das ist ein Abschminklappen. Nein, ich habe Blödsinn, das ist für die Haare. Okay, das ist richtig geil. Einfach solche Klebe zertun. Soll ich die ausprobieren? Und Nagelsticker. Oh, jetzt will ich meine Nägel so machen. Dann haben wir noch einen Spiegel. Leute, das ist kein gewöhnlicher Spiegel. Wenn ihr den Film gesehen habt, dann wisst ihr Bescheid. Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich bin die Schönste im ganzen Land. Ja, klar. Und das Beste kommt zum Schluss, Leute. Bösewichte Pinsel. Ich liebe diese Verpackung. Ich glaube, ich werde die nie auspacken.